Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikos da draußen Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Ultimatives Abenteuergedöns Naruto Ultimate Ninja Storm Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 So, jetzt haben wir es dann jetzt auch mal Ich bin ein bisschen verwirrt von diesem Schriftzutau Erlebe die Geschichte von Naruto Shippuden Aber wird Shippuden nicht nur noch mal mit Wie Doppel-P auch mit Doppel-U geschrieben? Kann auch sein, dass mich jetzt gerade vertue in der Hinsicht Ah, es tut nicht so Sache, weil Tuten tutet nie Und jetzt drücken wir mal A Lang Tja Nach erfolgreicher Bewältigung der Glockensteh-Lektion Haben da wohl unser Chor gesiegt Und sind vollwertige Mitglied von T7 geworden Was sie ja vorher schon waren Irgendwie Anleitung zum Sieg 3 Interessiert mich nicht Ja, wie gesagt, wir haben gerade, äh, Kakashi, der war aufs Auge gegeben Und, äh, komm mal, untersuchen Yay Jetzt sollen wir jetzt, äh, ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt machen sollen Äh, wir rennen jetzt mal ein bisschen um Sakura rum, bis die, äh, Spieldauer für eine Stunde verreicht ist Und dann, äh, ja, solltet das für das Letzte gewesen sein Nein, es war nur ein Spaß, wir gehen immer weiter Okay, gehen wir weiter Wir haben die Glocken, wir haben es geschafft Wir sind wieder zuerst um einen Wein Und sucht den süßen kleinen Hundi-Line Ich bin ein mieses Schwein Ah, tricky Gut, erstanden wir Theisen, der hatte bericht Boah, eine kleine Kackschleimerin Aber nicht Es ist ja schön, zurück zu sein Achso, das hatten wir schon Ähm, das sind wehlettert vihbertr Spass dies ja 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 okay wir gehen weiter Domba Kura du bist doch diejenige die wir gestatten will ja ob sie sagen ja 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 ich habe sie nicht denn ich kann durchlaufen halt da war ja ist mir egal nachdem der Trainings beendet ist fühle ich mich als wäre mir eine große lasse vor den Schultern gekommen jetzt habe ich mehr Zeit für meine speziellen Recherchen und dieses Dorf bietet reichlich Anschauungsmaterial 1 da und so war wohl immer nur noch immer wieder die ich werde nur mit solchen Leuten lausend von mir an der Welt Möller Möller Prozent der neuen bei den Berndungen ja ich habe damit er noch nicht sein und ich bin ein als das heißt das war ein bisschen wir müssen seine Ende extrem wehtun eigentlich nicht es ist ja egal klatschende Menschen die haben immer die besten waren auch wenn ihr irgendwo auf dem Markt seid wenn sie in den Supermarkt rein achtet darauf dass die Verkäufer alle meine Klatschen sind nein Körse auch so geschäft zu haben so ne Scheiße anstatt Wettbewerb ich habe das Gefühl dass sie gleich immer weiter mit dem Kopf rein sinken oder ihn Tischkneller so hat es eigentlich auch ganz gut ja kakashi-sensei und menschen so nahe aus sehr gut noch das war das das ist aber nicht so, dass du noch eine Arbeit gemacht hast, aber du hast nur noch eine Arbeit gemacht, aber was hast du denn gemacht? Ja, ich glaube, dass du noch eine Arbeit gemacht hast, aber du hast noch eine Arbeit gemacht. Das war's für heute. das war er nicht so anzunehmen Ratschläge die Zinsauftrag was er in den Ratschläge machen ich will keine Ratschläge machen das ist irgendwie total affig damit auf die Straße stellen Ratschlagen das dumm wir machen Lizenzauftrag Shizune Missionsenhalt Handelslizenzen wurden erneuert du sollst die Zertifikate in allen Läden herrscht liefern nur die Info von Shizune die Emissionen 2.000 ich kann nicht mal weg gehen das haben wir drei Schläge jünger Mann ein Verzeihunger Mann kann seine große Liebe nicht treffen vor dem Yamana Kahn der Mann und meiner Kahn Blumenladen auf dich billig erlangen wir machen hier ein Lizenzauftrag ja ne was so ist er in der Kirche von einem Monat und die Züge a Kürnberg für die Kompetenzen müssen wir zuerst mit Shizune sprechen ja das stimmt ja das stimmt ja Stimmt ja wohl, ne? Hi! Aufträge. Was ist ein Auftrag? Ein Durchansprechen einer Person mit einem berühmten Müll über den Kampf ausgelöstes Ergebnis. Ereignis. Boah, was denn ist los? Durch das Erfüllen von Aufträgen erhältst du Belohnungen. Du kannst auch mehrere Aufträge zeitgleich übernehmen. Deine Fortschritte siehst du im Startmenü. Unter Ergebnisse bestätigen Aufträge. Und dann aber mal. Oho, ihr wollt euch also bereits bei meiner Mission in die Arbeit machen? Klar. Also gut. Als erstes müsste ich euch beide dafür einen roten Gang zu dem Leben. Okay, in Konoha schicken. Ne, Chico, du darfst jetzt nicht Sakura sprechen. Das tue ich. Ach ja. Einige Läden haben da eine Verlängerung ihrer Handelslizenzbeantrag unterstützt. Ja, die Lizenzen sind jetzt ausgestellt. Und ich möchte, dass ihr sie abliefert. Haha, was für eine einfache Mission. Also gut, hier sind die Lizenzen. Schließ die Mission so schnell wie möglich ab. Ethan, du hast erhalten Handelslizenz Nummer 3. Das Warenhaus, der Kartenladen und auch der Grill hat eine Verlängerung beantragt. Ihr habt es vermutlich einfacher, wenn... Also, äh, schön. Ihr habt es also vermutlich einfacher, wenn ihr euch die Ortefte-Karte anseht. Danke für den Tipp. Gut, dann legen wir gleich mal los. Ähm, was sollte ich nochmal tun? Und wie sollte ich es anstellen? Swing! Wir brauchen... Grill... Ähm, Kartenladen... Oh, den dritten hab ich vergessen. Egal. Der Grill war da unten. Kartenladen ist... dort auch da unten. Ich hab vergessen, was der dritte ist. Oh, meine Missionen. Was ist das hier? Oh. Ninja-Info-Karten. Das sind Ninja-Info... Was sind Ninja-Info-Karten? Ninja-Info-Karten sind Bilder, die du in Online-Kämpfen als Profi benutzen kannst. Du bekommst sie in Ninja-Nin-Kartenladen. In dem du eine Karte bearbeitet hast, kannst du sie als Profil mitspeichern. Ninja-Info-Karten bearbeiten. Ninja-Info-Karten kannst du bearbeiten. Bei einem Online-Kampf werden Ninja-Info-Karten, deren zu bearbeiten Informationen eingetragen worden, sind als ein Profiler gezeigt. Ninja-Info-Karten. Ninja-Info-Karten kannst du dir ansehen, nachdem du in Start-Minute-Option Ninja-Info-Karten gewählt hast. Karten kannst du auch anderswo als bei Ninja-Info-Karten. Eine weiße gibt es nur, dann die roten, die hat es noch einer, hier ist es noch einer, hier ist es noch einer. Die weißen sind wahrscheinlich etwas seltener. Die niederen, die grünen, die lauen und die goldenen. Das ist natürlich das Geilste genommen. Abtrünniger Ninja-Skyline. Anfänger. Ja, ich hab nicht viel gespielt. Was sind Titel? Titel sind Erweiterungen deines Spielnames, die du auf den Ninja-Info-Karten bearbeiten kannst. Titel werden in deinem Profil gezeigt, wenn du ein Online-Kampfversteiger hast. Titel haben wir auch schon ein bisschen die Sätze sind noch vom alten Spielstand zu sagen übernommen worden. Und ja, das, ja, ist jetzt... Ne, sehr egal. Aber ich weiß immer nicht, wo ich jetzt... Wo kann ich denn jetzt... aufmachen? Ja, ich will jetzt noch mal Mission. Wo kann ich denn die ganz aufmachen? Und hier? Prüfe die Freundschaftsstufen bei Charakteren, bei denen du befreundet bist. Manchmal hänge Ereignisse von Freundschaftsstufen an. Deshalb solltest du Freundschaften nach Kräften vertiefen. Mehr haben wir noch nicht. Und ist jetzt noch keine irgendwie so Bombe mit uns? Ah, ich weiß immer nicht. Scheiß drauf jetzt! Weiter los! Geh durch die Tür. Alles klar, ich mache das. Es soll doch nicht allzu schwierig sein. Ui! Ui! Du bist gerade erst zurückgekommen. Äh? Du bist gerade erst zurückgekommen. Ich hab' auch gescheitert, dass er hat sofort wieder zu. Hehehehe. Ähm, wir müssen ziemlich weit runter. Für den Kartenladen und den... Ja, Grill. Hi! Tschüss! Du bist da hinten? Was ist das hier? Bist du denn Kartenladen? Bist du Kartenladen? Bist du Kartenladen? Bist du Kartenladen? Bist du Kartenladen? Knoa Gaffeein, Tarja. Da wollen wir nicht hin. Ähm... Und da. Weg rein. Das ist der Grill. Kartenladen ist da hinten. Da. Wenn du es hier rein sagst, Koraz. Komm mit. Komm mit. Und reina. Reina. Du bittest einen Laden. Laden. Ey, Dinger. Hey, wir haben deine Handelsdienz dabei. Das ist Handelslizenz, du Blödmann. Tut mir leid, dass du warten musstest. Du übergibst dem Mitarbeiter des Lades eine Handelslizenz. Oh, vielen, vielen Dank. Mann, du hast aber viele Karten hier. Haha, das liegt daran, dass wir uns auf Karten spezialisiert haben. Wenn wir nicht viele hätten, könnten wir uns auch nicht Karten laden werden. Mhm. Karten interessieren mich nicht wirklich. Oh je, junge Leute, die nicht verstehen, wie wundervoll diese Ninja-Infokarten sind. Wie bedauernswert. W-was? Wie? Hör zu. Hinter jeder Karte steht eine eigene Geschichte. Hinter ihnen stehen Emotionen in reiner Kultur. Und trotzdem verstehst du das nicht? Bist du wirklich ein Ninja? Äh, äh, also, wenn ich das jetzt so etwas näher betrachten, äh, verstehe es doch, glaube ich. Haha. Genau. Edle Zeichen der Bewunderung. Die mir war, miriarden von Emotionen in wenigen Worten vermittelt. Ausgezeichnet. Die ultimative Sammlung. Ja, das sind meine Karten. Pum, 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 pum. Hahaha. Wenn du eine Ninja-Infokarte brauchst, kommt zum Kartenladen von Konoha. Ninja. Genau, lader. Er war ja, er war ja total überwältigt. Ninja-Infokarten. In Ninja-Infokarten, in Ninja-Infokarten gekauft, in Ninja-Infokarten kannst du dir ansehen, in dem du Startmenü die Option Ninja-Infokarten gewählt hast. Ja, jedenfalls können Ninja-Infokarten auch anderswo als bei Ninja-Infokarten erworben werden. Äh, ja, ja, haben wir schon. Äh, ja, hatten wir auch schon, hatten wir auch schon, hatten wir schon. Ja, ja, hatten wir auch schon, hatten wir schon.